Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Company of Heroes 2 mit dem DLC Adena Assault. Mein Name ist Ed, willkommen. Ja, beim letzten Mal haben wir Büllingen erobert. Heute werden wir uns wohl oder übel langsam aber sicher hier nach Stavelot voranbringen und dass wir uns dann die Dinger hier vornehmen und denen hier heben wir uns wahrscheinlich für den Schluss auf, dass wir die eventuell komplett ein-kesseln, dass sie gar nicht mehr abhauen könnten. Gut, heute gehen wir mit der Company Baker vor. Die ist am nächsten. Und die haben hier zum Beispiel normale feindliche Streitkräfte, höhere feindliche Veteranenstufe und feindliche Streitkräfte haben Infanterie-Unterstützungskanonen. Ja, und wir sollen das Treibstofflager erobern und zerstören sie Versorgungslaster, um Treibstoffverlust zu verhindern. Na klar, das versuchen wir. Gucken wir mal an. Die Deutschen halten Stavelot und die dortigen Treibstofflager. Die plündern das gesamte Territorium. Wir müssen sie ausschalten. Es wurden vermehrt deutsche Kräfte bei einem oder zwei Treibstoffdepots gesichtet. Ein Frontalangriff wird schwer. Sucht nach der Landung also einen alternativen Weg hinein. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Die haben eine Menge Lastwagen gerufen. Also werden sie versuchen, den Treibstoff so schnell wie möglich wegzubringen. Alles, was da rauskommt, wird ihnen beim Angriff zugutekommen. Tja. Los geht's. Es wird interessant werden. Definitiv. Ein bisschen nervös, Mann. Oh, wenn dem Let's Player die Stimme versagt. Das ist übel. Achten Sie auf Tiefschnee. Der bremst ihre Truppen aus, kann unter Schneesturmbedingungen, aber auch als Tarnung... Ja, den Rest konnte ich leider nicht lesen. Na los. Komm. Kumpel. Ach ja. Ach ja. Die blöde Ladezeit. Aber gleich geht's voran. Na komm. Dauert heute wieder ein bisschen. So. Auf geht's. Trotz heftigen Widerstands unserer Truppen fiel der Ort Stavello unter dem unerbittlichen Vorstoß der Deutschen. Zurück blieben die Treibstoffreserven des Ortes, welche die Deutschen dringend für den Vorstoß ihrer Kriegsmaschinerie brauchten. Nun hat sich die US-Army neu gruppiert und bemüht sich, Stavello zurückzuerobern, um dem Feind den Treibstoff zu verwehren. Die Deutschen stellen eine Flotte aus Lastern zusammen. Sie versuchen eindeutig, so viel Treibstoff wie möglich aus dem Sektor zu bringen. Okay, das versuchen wir auch. Die Sicherung des Spritlagers ist wichtig, um zu verhindern, dass die Deutschen welche zu ihren Linien schaffen. Ja, wir sind schon unterwegs, keine Sorge. Fahrer, bring uns hier weg. Los. Los, zack, zack. Da ist ein Problem. Treibstofflager. Und da werden die wohl durchbrechen. Wir gehen mal hier lang. Das Rad hat ein bisschen Spiel. Moment. So, gib Gas. Wir stürmen gleich nach vorne. Schnappt eure Sachen und raus. Da sind die Ersten. Feindlich Infanterie. Feuer. Panzer. Die vorderen Einheiten sehen feindliche Laster, die das Ziel verlassen. Ja, wir arbeiten da schon dran. Das sind Franklastwagen. Halten Sie diese Schweinehunde auf. Los, macht hin. Schicken Sie eine Einheit zum Blockieren los. Sie dürfen nicht an ihnen vorbei. Ja, wir müssen uns leider erstmal durchdienseln. Jemand soll uns hier rausholen. Crop-Druck ausgeschaltet. Knallt sie ab. Zeig ihn. Holt euch das. Vertragt die Leute. Wir holen uns das. Und dann ziehen wir gleich weiter. Ähm. Die wollen nach da hin. Okay. Wir haben das Problem. Da ist das Dings. Da müssen wir hin. Da müssen wir es irgendwie blockieren. Können wir hier was machen? Nein. Er hat noch nichts. Warten auf mechanisierte taktische Befehle. Männer sind bereit. Okay. Einheiten in Ihrem Gebiet haben einen Panzer lahm gelegt. Finden und zerstören Sie ihn, ehe die Deutschen ihn erreichen. Okay. Ja, wir versuchen unser Bestes. Der große Einsatz steht bevor. Fahrer, bring uns hier raus. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen blockieren. Setzen wir uns in Bewegung. No risk, no fun. Der Panzer ist da oben. Verschwinden wir von hier. Wir müssen eh die Straße hier blockieren. Bleibt zusammen. Halten Infanterie und Panzer innerhalb der Kampfreichweite. Ja, los. Komm, 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 komm. Bereit. Nachladen. Kasette feuern. Bereit. Sehr gut. Komm schon. Beförderung verliebt. So geht. Panzer. Panzer. Ei, 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 ei. Feuer. Verdammt. Ein leichtes Fahrzeug wurde gerade zerstört. M3 ist geladen und zu ihrem Sektor unterwegs. Komm. Feuer, 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 Feuer. Mach sie mit den Kurs. Oh, ist, 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 ist. Raus hier! Ah. Ein leichtes Fahrzeug wurde gerade zerstört. Hohen wir nicht. Wir gucken. Wir hauen ab. Dafür sind wir bekannt. Mechanisierte taktische Befehle, wenn sie bereit sind. Ja, ja, komm. Komm mit. In Ordnung, Männer. Gehen wir los. Ah. Wir brauchen mehr Zeugs. Das ist zum... Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Mehr haben wir nicht. Das ging ja mal gar nicht gut aus. Verdammt. Mein Gott. Los, 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 los. Bewegt euch, verdammt. Unter dem Schuss. Granate. Halbkettenfahrzeug angekommen. Verdammt, 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 verdammt. Sucht einen Deckung. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gut, gut, gut. Wir brauchen dringend. Ja, Jungs. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Äh, komm. Okay, komm. Vorrücken, wir müssen was machen. Wir müssen diese LKWs aufhalten. Koste es, was es wolle. Vorrücken. Los, 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 los. Das ist echt ärgerlich. Das war so viel, äh... Probleme gleich am Anfang haben. Aber ich kann auch nichts wirklich effektiv bauen. Ich habe nichts, was großartig diesen Panzer da wegmachen würde. Ja, wie sieht es aus? Könnt ihr hier euch was holen? Etappentrupps bereit für den Einsatz. Hol dir mal die Bazooka. Schickt die Vorderen voran. Wir haben Befehle. Wir holen jetzt... Stellen mal ein bisschen um. Ich habe Befehle. Nehmt, was ihr tragen könnt. Wir bauen die auf Bazooka um, damit wir die mal auseinanderhalten können. Und dann rücken wir jetzt ein Stückchen vor. Wir müssen diese LKWs aufhalten. Und es wird nicht leicht. Es wird nicht leicht. Ja, Versorgungsliste da konnte entkommen, ich weiß. So, Marsch. Marsch, 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 Marsch. Ihr werdet mir jetzt mal... Treibstoff bauen. In der Regel solltet ihr das tun. Und der Rest geht erstmal weiter. Dass wir versuchen, den Panzer da auseinanderzunehmen. Montal wird es natürlich schwer. Oh, oh. Gut. 105er. Taktischer Simultanbeschuss. Auf diese Position. Wir werden beschaden. Die Fadebeförderung. Oh, es macht weg. Macht weg. Ich verrede das. Ich habe das letzte Ziel. Wir hören. Ziehen von der Stellung ab. Los, 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 los. Okay, hier haben wir... Hier werden wir uns jetzt mal ein bisschen besser verteidigen. Okay. Du... Oh, der ist schwer angeschlagen. Wo ist das Ofenrohr? Sichert eure Pins. Reparieren. Und zwar schnell. Wir müssen da mal zum Panzer hin. Gute Arbeit. Erwartet weitere Befehle. Hergehört Männer. Ein deutscher Lastwagen verlässt das Treibstofflager. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist nicht gut. So, wir gucken mal, dass wir da auch eventuell mal was produzieren. Hey, hey, hey. Oh, es macht hinne. Ähm... Noch einen. Schützen nehmen wir mit. Das können wir leider nicht. Und Stuart... Ach, das ist ätzend, ey. Gut. Guter Junge. Du wirst dich mal hier verschanzen. Oder nee, noch besser. Wir nehmen dich mit. Wir müssen da hin. So, weiter. Fahrer, bring uns hier weg. Los. Wir müssen diesen... Wir müssen diesen ollen Panzer da wegmachen. Schnapp eure Sachen und raus. Fahrer, bring uns nach vorn. So, Panzer ist irgendwo da. Erwarten Befehle. Bring uns hier weg. Bereit. Erteilt den Be... Verschwenden wir von hier. Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. Sie flankieren uns! Schwenk die Gewehr! Schnapp zurück! Die Jungs hinterher. Woher warten Sie noch? Ein Trupp Panzerunterstützung ist bereit für den Einsatz. Sie haben uns genau im Visier! Da hinten. Macht alles transportfertig. Beheilung! Erwarten Befehle. Keine Zeit bereuten. Beheilung! Na komm, Junge. Oh, bereit! Da ist was. Ziel. Dauer. Wir haben geschossen. Schwenk die Kanone! Zwei Laden. Startbereit. Halbketten mit Kavallerieschützen unterwegs zur Front. So, jetzt los, Leute. Macht hier, ne? Bereit machen für Befehle. Ich schwöre meine Beine nicht mehr. Auf Infanterie. Bringt sie in Kupfer. Nein, jetzt. Knallt diese Schweinehunde ab. Sehr gut. Mobil werden. Truppenbewegung. Alle Mann aufgepasst. So, mach's hin weg jetzt hier, komm. Ausrücken. Los! Männer, aufgepasst. Haltet euch an unsere Panzer und geht weiter. Wir haben hier drüben alle mit den Klaus. Schwenk los! Marsch, 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 marsch. Okay, du. Wir wurden zu eben der Verlust einer Infanterieeinheit gemeldet. Los jetzt! Schießt los! Scheiße! Rück auf die Tube! Lauf! Bewege uns! Wir kriegen den einfach nicht weg, ey. Haben die den weg? Ja, den haben wir weg. Gut. Feuerauftrag erhalten. Es heißt, dass wir mit drei oder mehr Truppen sind. Jungs! Geht er hin? Verschwinden wir von hier! Ausladen. Raus mit euch! Schnell! Aufgepasst, Jungs! So, du gehst mal hier hin. Packt zusammen. Macht euch zum Abmarsch bereit. Wir brauchen wieder einen. Hergehört, Männer! Ein deutscher Lastwagen verlässt das Treibstofflager. Okay. Versammelt euch! Ich rieche Befehle. Ach, der kann nichts holen. Los geht's! Verschwinden wir von hier! So, marsch, marsch, marsch. Sie haben unsere Flanke im Visier! Setzen wir uns in Bewegung. Reich gesichert. Das war zu einfach. Macht euch fertig. Normale Rate. Neumfeuer vorbehalten. Anfassungsantragung. Verförderung. Männer, nutzt Panzer als Unterstützung. Bleibt zusammen und drängt sie zurück. Schnappt eure Sachen und raus. Weg, 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 weg. Unsere Zahl nimmt ab. Wir müssen die Flut aufhalten, Männer. Oh. Los, los, los. Einer. Ich will Unterdrückungsfeuer auf diese Linie. Werden beschossen. Werden beschossen. Steh unter Flanke. Ich habe nichts. Ich kann nicht gegenbleiben. Beförderungen sind da. Treff den rechten Panzer. Sie sind in der Beschuss. Nein, die Flanke haben sie kaputt gemacht. Wir haben gerade eine Einheit verloren. Befeuert. Viele Reparaturtruppen sind unterwegs. Nein, die Flanke haben sie kaputt gemacht. Nein, die Flanke haben sie kaputt gemacht. Okay, mechanisierte Kräfte bereit für den gemeinsamen Einsatz. Mein Gott. Formiert euch. Haltet euch bei den Panzern, Männer. Wir kommen nicht voran. Schieß von unserer Flanke auf. Wir haben eine Infanterieeinheit verloren. Sie wurde ausgelöscht. Hört auf damit und spitzt die Ohren. Keine Kohle. Bewegt euch. Keine Kohle. Hauptmann brauchen wir. Das ist übel gerade. Echt übel. Und die kriegen ihre Treibstoffreserven immer weiter raus. Mein Gott. Stecken wir auch wirklich in der Scheibenkleister. Okay, hier haben wir was. Holt ihr mal das Ding da. Ein Käpt'n ist unterwegs aufs Schlachtfeld. So Jungs. Warten auf mechanisierte taktische Befehle. Männer sind bereit. Bewegung. Bereit. Sichert die Munition, damit wir hier verschwinden können. Crowd Infanterie. Wir sind die Böken. Ernsthaft? Jetzt werden wir hier angegriffen, oder was? Los. Los. Erwarten Befehle. Wir sind bereit zur Abfahrt. Los, 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 los. Wir haben einen deutschen Spielwagen eingeholt. Jung, Fahrer, bring uns hier weg. Volle Batterie. Ausrichten und schießen. Los. Was macht denn weg da? Damit wir hier endlich mal rankommen. Das war's. Das kann's ja wohl nicht sein. Schießen Sie los. Wir sind bereit. Bring uns zu nieder Position rüber. Ausrichten. Er lebt immer noch. Er ist ja so zum Kotzen, wenn's ehrlich. Bereit. Aber jetzt dürfte er den nicht. Verschwindet von da. Los. Bereit. Vorwärts. Reif den verdammten Panzer an. Mach den weg da endlich. Rohr bereit. Das gibt's echt nicht. Wir hören zu. Pass auf den. Cover den. Brenne, du verdammter Hurensohn. Dring uns hier weg, verdammt nochmal. Endlich. So, jetzt müssen wir hier mal blockieren. Wir starten die Munition und setzen das Ding in Bewegung. Oh Gott. Okay, holt mal die Reserve. So, Junge. Alle 105er Batterien melden Bereitschaft zum Koordinieren des Sperrfeuers. Sehr gut. Den nehmen wir mit. Mehr haben wir grad nicht. Das ist grad echt mübel. Jetzt können wir wenigstens abgraden. So, jetzt holen wir uns das Stück hier. Da liegt so viel Zeugs rum. Und du hast hier grad irgendwie ein... ein Densing oder was. Junge. So, Artillerie. Stellst dich hier hin. Wir gehen los. So, durch das. Ja, Tönig. Rückwärts. So, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Weiter rückwärts. So viel dazu. Boah, es gibt's doch nicht, ey. Wir gehen mir auf den Satt langsam, ganz ehrlich. Langsam werd ich sauer. Verschwinden wir von hier. Rollt euch das. Nein. Die reiben uns ständig auf, ja. Boah, noch ein Panzer. Ich werd irre. Spitz eure Ohren, mitten, alles klar. Macht euch bereit. Patrouilleinformation. Okay, du machst... Stehen unter Beschuss. Bereit zu... Setzen wir uns in Bewegung. Ja, den brauch ich. Aber flott. Wir haben meine Infanterieeinheit verloren. Sie wurde ausgelöscht. Den brauch ich unbedingt. Wir haben uns da echt am Schlawickel. Das gibt's nicht. Boah, Junge, Junge, Junge. Nee, du musst da hin. Wir müssen uns hier mal befestigen jetzt. Da ist was. Vorarztlager. Holen wir uns. Schnell, 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 Jungs. Lass ihn ruhig kommen. Er kommt. Macht's Boom. Jungs. Wir brauchen noch mal Unterstützung. Mann, Mann, Mann. Schwere Verluste. Noch ein Panzer. Aber eigentlich brauchen wir die hier. Aber der braucht so viel... Na, Benzin haben wir. Jetzt fehlt uns nur die Arbeitskraft. Dann können wir den holen. Marsch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, Jungs. Und euch gehe ich schon mal vor. Hier geht die Straße. Und dann werden wir diese Schweine hier hinten mal ausgräuchern. So, los. Nächster fertig. Gut. Zwei Stück. Besser als nix erstmal. So, marsch, 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 marsch. Ihr fahrt direkt so hoch. Sehr gut. Gut, komm. Okay, wir gehen mal. So, jetzt können wir mal ein bisschen was bauen hier. Jagdpanzer Wolverine. Priest haben wir. Panzerhubitze. Mittlerer Panzer Sherman. Nehmen wir den Sherman mal mit. Okay. Hervorragend. So. Nein, verkehrt. Nur den. Kampfstellung. Die Richtung. Kampfstellung dann in die Richtung. Zwei oder drei. Und dann sollen sie kommen. In der Hinterhand haben wir noch die beiden hier. Panzer bereit. Los geht's. Bring uns zu dieser neuen Position. Gute Arbeit. Erwartet weitere Befehle. So, weiter, weiter, weiter. Panzerunterstützung ist hier. Sherman bereit. Sehr gut. Jetzt haben wir einen Sherman. Die Filme waren mir wurscht. Das einzige, was mich interessierte, war, wie mehr es die da umringen. Hier gehört, Männer. Ein deutscher Lastwagen verlässt das Treibstofflager. Sehr schön. Sie sollen nur kommen. Verstärken Sie diese Kampfstellung mit Feuerkraft. Nehmt eure Ausrüstung. Wir machen uns auf den Weg. So, Sherman. Versatzung beim Fahrer. Los geht's. Upgraden. Auf jeden Fall. Ähm, Panzerhubitze könnten wir noch nehmen. Ich will aber eigentlich auf die hier warten. Nicht genug Reserven. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. Sherman. Was hast du denn da Feines? Nebelkampfstoff. Oh, sehr schön. Komm. Hänge zwei. Na, 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 na. So leicht kommt es hier nicht vorbei. Sehr gut. Wollen wir gleich noch eine. Einmal zurück. Jungs. Stellt euch da mal hin. Hier geht da rein. Hier geht dann dort rein. Sehr gut. Rein. Und aufrüsten. So, jetzt sieht die Sache doch schon mal ganz anders aus. Ein deutscher Lastwagen verlässt das Treibstofflager. Sieht aus, als ginge es gleich rund. Ja, aber gerne doch. Verstauen die Munition und setzen das nicht in Bewegung. Lassen kommen. Jetzt werden wir das Ganze erstmal hier ein bisschen blockieren. Er teilt den Befehl. Bewegung. Bring den Panzer zu dieser Position. Fahrer, vorwärts. Der Rest bleibt wachsam. So, Marsch, 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 Marsch. Wir machen auch den Fehler, immer wieder denselben Punkt langzufahren, ne? Sehr schön. Hat gefunktioniert. Hervorragend. Verstärken Sie diese Kampfstellung mit Feuerkraft. So, gleich mal reparieren hier. Jungs. Hier geht da rein. Hier geht es dorthin. Bisschen mal umorganisieren. Wie sieht es aus? Können wir den Großen jetzt bauen? Ja, sehr gut. Ähm, Wolverine. Wir nehmen aber die Panzer-Hobitze. Der hat 16 Punkte, kostet der Spaß. Und wir nehmen noch einen Truppenkommandoposten mit. Für Kampfstellung in Position. Er kostet acht. Hergehört, Männer. Ein deutscher Lastwagen verlässt das Treibstofflager. Hör zu, Kamera. Rappt euer Werkzeug aus und geht an die Arbeit. Bisschen bereit. Alles klar. Bring uns dorthin. So, komm. Upgraden. Müssten eigentlich nochmal, ähm... Okay. Sehr gut. Bereit machen für... Konzentriert euch auf die Hauptschäden. Gut. Geschützt. Bewegung. Bring den Panzer zu dieser Position. So, wie sieht es aus? Vier Punkte haben wir noch. Oh, sehr gut. Die können wir genau holen. Exzellent. Marsch, marsch. Wir müssen das Ganze ja halten und das da einnehmen. Ich würde aber ganz gerne das Ding hier noch wegmachen, damit die keine Reserven mehr haben. Aber dafür brauchen wir auch erstmal die Heilung. Dann werden wir uns erstmal jetzt hierhin bewegen. Wenn wir... Ist ja okay. Wir kommen ja schon. Der ist gleich fertig. Krankenwagen zum Schlachtfeld unterwegs. So, jetzt wartet. Lass ihn kommen. Panzer bereit. Erteilt den Befehl. Machen wir uns an die Arbeit. Mondnebel. Alle Rauchreserven abfeuern. Männer, haltet euch bereit. Siehe, Ausrichtung antasten. Weitere Station. Los. Sehr gut. Die Beförderungen wurden verteilt. Am 16. Dezember 1944 überraschte ein gewaltiges Artilleriesperrfeuer die alliierten Truppen. Es war der Beginn einer unerwarteten deutschen Gegenoffensive im ruhigen Wald der Ardennen. Ihr Ziel, die alliierten Linien zu teilen und letztendlich den wichtigen Hafen von Antwerpen einzunehmen. Der Zeitpunkt war gut gewählt. Denn durch die kalten Winterwinde blieben unsere überlegenen Luftstreitkräfte am Boden. Und die Deutschen nutzen ihren Vorteil voll aus. Zwei volle Panzerdivisionen stießen im Losheimer Graben entlang einer ca. 70 Kilometer langen Front tief nach Belgien und Luxemburg vor. 24 Stunden nach Beginn der verzweifelten deutschen Offensive hatte sich die Initiative über den Kampf um Europa verlagert. Die 5. Panzerdivision griff Bastogne und St. Wied an. Die Eroberung dieser strategischen Kreuzungen würde ihre Kontrolle über die Region festigen. Die US-Forces versuchen nun standhaft den Vorstoß der Deutschen in alliiertes Gebiet aufzuhalten. Unsere Linien biegen sich, aber sie werden nicht brechen. Wir werden die deutsche Offensive zurückschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017